Einen wunderschönen Morgen in Vilshofen. Guten Morgen. Heute ist die zweite Etappe. Ich fahre nach Eidendorf. Vielleicht fahre ich noch weiter nach Rochester. Da habe ich mir einen Tipp bekommen. Da gibt es in Vilshofen ein sehr tolles Quartier sein. Das war auch Abendessen. Vom Pisketurm im Naturschutzgebiet Vilsengtal geht es zum Alpakahof nach Schönertin. Wirklich naturpur. Da ist nichts dran. Im Kloster Altersbach gibt es Barock und Bier. Das war ein Tag. Bis zum nächsten Mal.